Hallo, ich bin die Jenny. Schön, dass du hier auf meinen Spielplatz gekommen bist. Ich bin eine Transfrau aus Essen, habe im April 2015 den Schritt gebargt, nicht mehr als Mann, sondern halt als Frau leben zu wollen und möchte hier einfach ein bisschen meinen Weg auch dokumentieren, zeigen, was ich so mache, wie sich das bei mir verändert. Vielleicht kann ich der einen oder anderen in einer ähnlichen Situation auch Mut machen. Ich glaube, man muss nicht perfekt sein, man muss einfach so sein, wie man ist. Dann ist das schon ganz gut so. Ja, und darüber hinaus werde ich das eine oder andere Lied, das ich auf Gitarre singe, auf Wunsch auch hier veröffentlichen. Und ich freue mich natürlich immer über nette Kommentare, über hohe Daumen, über ernst gemeinte, nett formulierte Kritik. Und in dem Sinne erstmal bis dann.